Artifacts only? Das ist spannend. Das ist gar keine schlechte Challenge. Ja, machen wir doch Artifacts only, finde ich gut. Hast du auch zu Brothers War. Wurmcoil Engine ist ein Artefakt, richtig? Okay, auf geht's. Wurmcoil Engine, auf geht's. Nur Artefakte draften, dann habe ich ja gar kein Removal. Ja, wenn du sozusagen einsteigst mit dem Format, der könnte ganz gut sein dann. Ach stimmt, die Firebomb ist dazu. Ja stimmt, wenn ich nur die Firebomb als Removal habe, dann sollte ich schon mal anfangen, auf jeden Fall ein paar Powerstone Units einzusammeln, damit ich die Firebomb auch casten kann. Quicksilver Amulett ist leider auch nicht das Artefakt, was man haben will. Wie gesagt, also wenn du schon mit einem gewissen Informationsvorsprung anfängst, und einfach halt genau dieses Rakdos Super Sacrifice Ultra Agro Goblin Deck draftest, okay. Ja. Dann bist du vorne, definitiv. Ich habe heute mein Deck in der Challenge, was ich heute Morgen aufgenommen habe. Ich habe zwischen 14 und 12 Ländern in meinem Deck gehabt. Zwischen 14 und 12. Es ist einfach abgefahren für ein normales Limited Format. Könnt ihr mir erzählen, wenn ihr wollt. Wenn ich nur Artefaktor Drafte, dann kriege ich vielleicht auch hier Tron zusammen, oder? Ah, Tron kriege ich auch so zusammen. Tron kriege ich auch so zusammen. Ah, schon wieder ein Tron. Ich glaube, wenn wir nur Artefakte draften, ist Self-Assembler ein relativ hoher Pick, oder? Ah, ich glaube schon. Ja, ja, klar. Natürlich muss ja. Ich meine, dann können wir Tron auch viel, viel besser enablen. Okay, Ladies and Gentlemen. Mit nur Artefakte kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal klarstellen, dass ich anderthalb tausend Gems angezündet habe. Spring-Leaf-Drizzle? Da muss ich die picken. Einfach als Removal. Ich bin wirklich. Ist er gut genug? Firebomb als Removal. Firebomb werde ich noch eine kriegen, oder? Firebomb kriegen. Boah, ne woanders buddel. So late. Very good. Very good. I like. Das sieht doch nach dem Deck aus. Noch ein Event. Oh, yes. Muss ich jetzt schon mal anfangen, solche Teile mitzunehmen? Also ich will ja nicht unbedingt schon so richtig in viele Farben reingehen. Curious halt wirklich. Aber Curious halt schon eine gute. Ja, hier kann ich nicht, da darf ich nichts davon spielen. Was passiert denn, wenn ich nichts mehr davon picken darf? Ich meine, ich nehme jetzt Stasis Coffin. Okay, kann ich noch picken. Aber der ist halt schon wirklich, der ist schon anders schlecht. Ne, Länder sind kein Problem. Endgegner des Decks ist der grüne Zweiter. Scheiße. Agivian Sprite. Ja, unbesiegbar. Können wir einfach rausgehen, oder? Oh. Da ist noch eine Firebomb, aber ich glaube, der ist einfach zu gut. Der ist zu gut. Hayway. Chocasias Dickside ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich nehme die. Moin Knudeltrauma. Wollt ihr jetzt schon eine Umfrage machen? Machen wir mal so später. Machen wir später, ne? Machen wir später. Machen wir später. Machen wir mal, wenn das Deck vollständig ist. Ja. Acht Artefakte, null Länder. Okay, wissen wir Bescheid. Ah, das ist ein Gole. Yes. Ne, genesen noch nicht und körperlich belastbar auch noch in Maßen. Ich habe am 12. Ich habe am 12. noch mal, ähm, ich habe am 12. noch mal einen Abschluss, also erst mal, vorerst eine abschließende Untersuchung, was meine, was meine Organe und was mein Blut angeht. Und wenn da dann rauskommt, ähm, dass ich wieder belastbar bin, dann fange ich auch wieder an mit Sport und so. Aber, das wird noch ein bisschen dauernd. Ah, ist das jetzt der Power Plant Work? Okay, habe ich den auch schon. Der Tower Boy, wo ist der Tower Boy? Der ist so gut für uns. Dominaria United war eins der besten Sets der letzten Jahre. Ich würde sagen, knapp hinter Kamigawa, aber trotzdem, Dominaria United, fand ich, war eins der besten Dimitri-Sets der letzten Jahre. Ich glaube, fast, dass es nicht mehr so schwierig ist, 10 Drops einzusetzen. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank, auf jeden Fall. Kann ich gebrauchen. Ah, da ist er ja sogar, Trusty Rusty. Was habe ich auf der Ersatzbank? Stasis Coffin, ja gut, der ist wirklich nicht so gut. Junge, warte mal. 4-4, 4-4, 2-1, 1-1. Ah, nee, das ist ja gar nicht. Ich dachte, das ist die Symmetry Matrix. Achso. Junge, Search Engine ist ein Artefakt, oder? Oder? Auf geht's! Da ist die Win Condition. Jetzt muss ich nur noch Sachen... Gibt es Artefakte, die Artefakte aus dem Graveyard wiederholen? Nee, ne? Gibt es ein Artefakt-Grave, Digga? Das heißt, wenn die einmal stirbt, hab ich verloren, ne? Trotz dem Search Engine, über Combat Thrasher, über Boulder Branch go, ne? Combat Thrasher ist sehr, sehr, sehr gut. Ohne Frage, ja. Was ist das? Was ist diese Pack? Was soll diese Pack? Ich möchte die gerne umtauschen, an der Kasse. Was ist das für ein Scheiß, Alter? Der Anderman hat sich gekommen im Stream. Geil, nämlich Second Pick Tokasias Dickside. So lobe ich mir Challenges, auf jeden Fall. Wird das neue Phyraxia-Set cool, weißt du das? Weiß ich nicht. Ich hab keine Insider-Informationen über Magic. Das ist so lustig. Mich hat nämlich heute schon jemand auf Instagram angeschrieben und meinte, ey Kai, im letzten Podcast hast du von Müsli... Hier, von Müsli-Secret-Layer geredet. Und jetzt gibt's das wirklich. Wusstest du davon was? Und ich so, nee. Es war einfach nur geraten. Non-Artefakt-Svelts-You-Cast-Have-Improvised. Das könnte... Das könnte stark sein, auf jeden Fall. Nur nicht in dem Deck. Kleiner Combat-Trick hier am Rande. Uh, das ist auch actually ein Artefakt. Actually ein Artefakt. Aber ich hätte gern mehr so die... Die Rampo-Geschichten. Wo sind die denn alle hin? Dann brauchen wir jetzt Weiß, Blau und Rot, ne? Okay. Stream wir Jazz-Kai-Artefakt. No biggie. Und ich hätte auch noch gerne mal welche von diesen komischen hier... Cycle-Artefakten. Die wären auch gut. Immer mehr Cycle-Artefakte. Jalum-Turm. Mishra's Juggernau. Nicht so viel Außer, ehrlich gesagt. Nein, das Stein-Hirn ist... Es gibt doch nicht eine Win-Con im Gegnerischen. Stein-Hirn ist unspielbar in jeglicher... Uh, das ist gut. Boah, das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, die nehmen wir mit, oder? Nehme ich mit? Es gibt nicht eine Win-Condition im Limited. Solche Karten kannst du im Limited nicht spielen. Das gibt's doch nicht. Wer nimmt denn die ganzen Artefakte raus? Ich will doch einfach nur eine vernünftige Challenge machen. Und dann nimmt jemand... Dann nehmen alle Leute alle Artefakte raus, oder was? Ich hab noch nicht mal einen Tower-Worker. Ich kann noch nicht mal Tron-Assemblen. Ah, grün hab ich auch noch als Aktivierung. Ja, Trusty Rusty kann ich, glaube ich, für 5-mal noch nicht spielen. Ich hab noch mal erwähnt, dass ich Trusty Rusty für 5-Mana wahrscheinlich nicht spielen kann. Sideboard kann man Millstone spielen. Ja, Keeningstone ist sehr, 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 sehr stark. Ja, klar. Ja, es gibt schon... Es gibt ja... Es gibt einzelne Karten, die sehr, sehr stark sind. Aber deshalb spielt man, glaube ich, immer noch nicht das Brain. Boah, ich will... Noch einen geil... Ich will einen Precursor-Golem... Also, ich will einen Tower-Worker haben und einen Precursor-Golem. Das sind die... Das sind die hohen Priorities. Wenn ich schon keine Wurm-Call-Engine kriege, dann wenigstens Tower-Worker und Precursor-Golem. Ja, wenn ich keinen Tower-Worker kriege, dann kann ich mir die Jungs hier auch sparen, ne? Ich brauche noch eine Goblin-Fire-Bomb. Einen Tower-Worker. Eine Bombe. Ich brauche alles noch. Ich glaube, ich nehme einfach das Land. Da ist noch eine Bombe. Da ist auch... Ja, hier. Da ist noch ein Research-Desk. Der ist auch. Ich glaube, ich habe einen Border-Bronch-Golem. Ich denke mal, Goblin-Fire-Bomb können wir tabeln. Sogar-Atlantan ist gut. Warplower ist gut. Border-Bronch-Golem ist gut. Wo ist der Tower? Scrap-Trawler wäre auch sehr gut, ja. Komm, wir nehmen jetzt noch ein paar Fettsos, dann sehen wir jetzt mal raus. Metamorph ist auch okay. Okay, wir spielen einige blaue Lands. Kann ich eine Search-Engine kopieren? Ich bin kein Tower-Worker mehr. Ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist... Da ist unsere Ruin-Condition. Tower-Worker. Zwei Peaks haben wir noch. Zwei verdammte Peaks haben wir noch. Sieht doch nach einem sehr guten Deck aus. Gott. Und ich habe auch einfach nur eine Stone-Retriever-Unit gekriegt. Ja, aber ich meine, ich spiele nur Artefakte und ich habe dabei auch noch viel Pech gehabt. Müssen wir mal gucken, wie es zeitlich passt. Müssen wir mal gucken, wie es zeitlich passt. Ich habe heute leider heute Vormittag ein paar Termine gehabt und ich bin heute um 17.30 Uhr auch schon wieder unterwegs. Es könnte knapp werden mit einer... Müssen wir mal gucken. Vielleicht fangen wir noch eine an und spielen die dann morgen früh zu Ende oder so. Vielleicht mache ich morgen früh ein bisschen Frühschicht. Mal gucken. Da ist er. Oh, boah, Alter. Guckt euch das Peck an. Hallo, wer ist hier am Peck beteiligt? Ja, und noch eine Firebomb. Ja, easy. Da haben wir ja alles gekriegt, was wir brauchen. Und noch ein Deep Charge Colossus. Und noch eine Firebomb. Alter, ich spiele einfach... Ich spiele jede Firebomb der Welt. Ich bomb die Gegner einfach aus dem Leben. Wie viele Two Drops habe ich denn? Schon zwei, ne? Ja, zwei ist gut. Ich weiß schon... Ich habe... Ich habe gar nicht so richtig... Oh, geil, Alter. Spiel ich auch noch. Ja, ist schon schlecht, ne? Schon ist schon nicht gut, denke ich. Ich glaube, man kann sagen, es ist nicht gut. Ich glaube, Journeyer's Kite ist... Müssen wir schon spielen. Wir wollen ja auch in die Fettsos reinkommen. Müssen wir mal gucken, wie wir das mit den Basics aufteilen hier. Also ich glaube, blau ist ganz wichtig. Für die Search Engine und für die Combat Crew. Genau, 13 Planes. Ja. Ja, danke. Ich glaube, zwei Dicksides reichen. Blau ist super wichtig. Bestimmt sieben, würde ich sagen. Grün ist so geht so wichtig. Weiß haben wir noch und Rot haben wir noch. Also alles außer Schwarz. Aber Blau ist muy importante. Bestimmt so wirklich sieben. Dann würde ich sagen, vier Grün. Ein Rot vielleicht. Zwei Rot. Ne, ein Rot. Ein Rot. Vier Grün. Und vielleicht, ne, warte mal. Dann machen wir lieber... Machen wir fünf Grün. Machen wir fünf Grün und eine Planes noch. Ja, ich denke, wir haben alles rausgeholt, was wir rausholen konnten aus der Challenge. Curve stimmt. Wir haben drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen, vierzeh, fünfzehn Artefakte. Wir haben mega... Also 15 Kreaturen. Wir haben eine unfassbar gute Removal Suite, wenn man ehrlich ist. Wir haben drei Firebombs. Also wir bomben den ganzen Gegner aus dem Leben. Da sehe ich nicht wirklich, was anbrennen kann. Also wenn das kein 3-0 wird, dann wird kein Deck ein 3-0 decken. Machen wir uns nichts vor. Moin live, herzlich willkommen im Stream. Guckt mal hier, ey. Turn 3 Tower Worker, Turn 4. Gewinnen macht immer Spaß. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Uuuuuh. Alter. Boah, da ist auch noch direkt die Firebomb hinten dran. Wie lucky wir sind. Oh, ich habe eine Idee. Oh, Leute. Seht ihr, was ich sehe? Ich mache gleich Self-Assembler. Und dann mache ich eine Kopie. Komm, Self-Assembler. Ja, das geht gut. Der sucht sich jetzt erstmal hier. Oh, nice. Okay, Gegner spielt ein richtiges Deck. Das ist nicht okay eigentlich. Gegner spielt ein richtiges Deck, Chat. Und wir spielen halt so einen Trash-Pile 19. Das ist nicht okay. Gute Mühlung, Gute Mühlung ist der schon mal weg. Gegner spielt das Deck von Bordark gestern, habe ich das Gefühl. Okay, save me, verstehe, verstehe ich auch nicht, I don't know. Junge, das Deck ist so schlecht, ich liebe es. Es macht nichts, aber es sieht witzig aus. Nein! Nein! Wieso ist denn deine letzte Karte Mass Production, Alter? Hätte ich mal doch Goblin Firebomb auf den Dissident gespielt hier. Ist das gut? Nein! Wieso ist das? Oh Der ist gut Mega geil alter Das danke dir für den 27. Monat Ich hoffe meine Frame Drops Wir hören bald auf Das ist ganz schön nervig hier mit Frame Drops Moin Ginette, herzlich willkommen im Stream Es macht auf jeden Fall Spaß sich dieser Herausforderung zu stellen Einfach nur Artefakte zu zocken Ja Das war zu erwarten Auch das war zu erwarten 5,3 Ok Alles greift an 6,4 Ich glaube ich kann es einfach nicht aufrechterhalten Oder Ich glaube ich kann Tron einfach nicht aufrechterhalten Ich glaube ich kann Tron nicht aufrechterhalten Aufrechterhalten Ich kann Tron einfach nicht aufrechterhalten Ich kann Tron einfach nicht aufrechterhalten Dann ist das halt so Ja Ok Anscheinend glaube ich aber dass wir stabilisiert haben Dachte ich Dachte ich Kurzzeitig Dann hat unser Gegner Dissenschein gezogen Naja Ok ich meine wir haben zwei Fire Bombs Wir können hiermit nochmal eine Karte ziehen Wir haben hier ein Surveil Wir haben eigentlich alles Unser Deck ist eigentlich eine eierlegende Wollmilchsau Acht Mana? Easy Dere macht gar nichts Naja Dere macht gar nichts BBRRRRRRRRRRRRRR BBRRRRRRRRRR Ja What? LULE Ja, Freundchen Machen wir mal was Non-Creature Artifact Okay Sein ganzes Board ist einfach egal Ja Er will einfach nur scryen Kann ja verstehen Kann ich ja verstehen Junge, Junge, Junge Wir haben ja nur Business Wir haben nur Business, Leute Insane Ich weiß gar nicht, wir können so viel machen Wir haben nur keine Removals Wir haben leider nur Goblin Fire Bombs als Removals Aber ansonsten Mega geil Okay, jetzt haben wir verloren Cool Fuck Fuck Jetzt zieht unser Gegner auch noch irgendwann Land oder eher nicht so 1 2 3 Das ist Wahnsinn oder? Gegner hat 9 Länder in den obersten 30 Karten gezogen. 9. Da müssten noch 8 drin sein in den 10 Karten. Ja, wohl richtig. Ich habe noch so einen Boulder Branch-Gobloni. So krass. Gegner hat einfach 9 Länder in den obersten 30 Karten gezogen. Wahnsinn. Ja, das reicht alles nicht mehr. Ich kann noch eine Karte ziehen, aber dann kann ich den Golem nicht mitspielen. Ja, doch. Das finde ich unfair. Also das ist wirklich unfair. Das sollten wir immer gewinnen. Ja, und ich spiele auch nicht zu wenig Länder. Ich habe ja immer genug zu tun eigentlich mit den Ländern. Frechheit eigentlich. Ich finde das so schade. Unser Deck ist eigentlich so gut. Das ist echt schade. Das ist unverdient. Asuka, danke dir für den Follower. Herzlich willkommen mit der Crew. Oh, der Gegner fängt direkt mit einer schlechten Karte an. GZ. Oh. Oh. Salute. Ibims. Die gute Magical Card. Oh, Land gezogen. Sehr gut. Dann können wir ja weitermachen. Hihi. Hihi. Das Deck macht so Bock, ey. Das Deck macht so Bock zu zocken. Nice. Sigile of Valor. Schön. Schön. Soll ich mir eine Kopie von der Search Engine machen, oder was? Wäre das gut? Asking for a friendo. Könnte man mal reingucken, oder? In die Kopie von der Search Engine. Gut, der Gegner bleibt halt auch auf zwei Ländern stehen. Dann ist auch jedes Spiel relativ easy. Aber wir sind halt in Game 1 auf 7.622,8 Ländern stehen geblieben. Von daher ist es schon okay, finde ich. Düdüm, düdüm, düdüm. Ja, macht auf jeden Fall Bock, die Challenge. Finde ich nice. Okay. Come on. Ja, ist ein easy keep. Zieht euch mal rein, wie wir hier ballern, ey. Turn 1 der Kurier, turn 2 die Black Blade, turn 3 der Trick. Alles am Start. Moin, Versa. Herzlich willkommen im Stream. Junge, wie gut bitte. Journeyers Kites. Ja, sicher. Da wird schon mal rausgerämmt. Da wird schon mal rausgerämmt. Ja, läuft bei uns. Combat-Kurier abschießen ist, glaube ich, nicht so das Geilste, aber okay. You can do that. Exile! Frechigkeit. Absolute Frechigkeit von die Welt. Boah, wenn du jetzt auch noch das Ding abschießt, bin ich aber wirklich beleidigt. Es ist so doof, weil ungefähr alles Enchantment und Artefakt-Remove ist, ne? Oh. Ach, U-K-Oh. U-Control. Na gut, okay. Na gut, U-Control jetzt nicht so busted, aber schon okay. Na, wenn jetzt ein Fettklops kommt, ey, ich hab keine, ich hab keine Bombe, ne? Ich hab keine Bombe im Deck. Also, ich hab keine Bombe auf der Hand, so. Keine, keine Goblin-Bombe. Ich hab sowieso keine Bomben im Deck, aber ich hab auch keine Goblin-Bomben, so. Oh, okay, ich hab doch ne Bombe im Deck, sorry, ich hab mich vertan. Äh, ich hab gelogen. Ich hab doch ne Bombe im Deck. Eine Bombe ist im Deck. Kann ich wieder kopieren? Ich hab verloren, weil der Gegner total dumme Dinge macht. Geil. Totaler Spaß. Wir machen ne Challenge und der Gegner so. Vier Typen und 16 Power aufs Board gelegt. Ja, super. Das macht ja voll Spaß. Ja, das ist ja sinnvoll. Ist ich da nächste Runde tot? Ne, geh ich auf 2. Okay. Tolles Game. Da fragt ihr euch noch, warum ich... Da fragt ihr euch noch, warum ich, äh... Das Format nicht geil... Jetzt kann ich euch wieder sagen, warum ich's nicht geil finde. Ich kann euch zumindest sagen, warum ich das Limited... Warum ich das Sealed Scheiß finde. In 50% der Decks spielt man... Äh, in 50% der Fälle spielt man gegen Titanias Command. Titanias Command... Ist ne Karte. Die hat ne Game-In-Win-Rate. Die ist 3% höher als die von Ava Brook Caretaker. Und immer noch 2% höher als die von Toxrail. Unser Deck ist so witzig. Unser Deck ist so witzig. Tja... Falaci Dragon Engine, wenn alle Removal Spades 8 Mana kosten, ist scheinbar. Scheiße, ey. Uh. Den müssen wir spielen. Könnte sein, dass ich den sogar kopiere mit dem Hulk, oder? Dann kommen wir schneller an unsere... Kommen wir schneller an unsere teuren Karten an. Ich will doch nur Magic spielen. Gegner einfach nicht. Gegner wollen das einfach nicht. Das ist übrigens, by the way, ne ziemlich dicke Kombo. Weil der macht ja Mana in Höhe seiner Power. Das heißt, der macht 3 Mana. Obwohl der ne Kopie von... Das ist ganz nice, ehrlich gesagt. Titanias Com... Ne. 4 Dudes into Titanias Command versus Flyer into... Uncoming Flyer into Giggs. Smacked. Ja, jetzt habe ich meine 8 Mana für Removal. Das stimmt, ja. Was beschwere ich mich eigentlich? Ich meine, es geht ja eh um den Fun. Fun. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Warum bist du manchmal als Herwald und manchmal als Herwald 2 online? Die gute alte Stressorange. Ah, okay. Aber du kannst doch am PC nachgucken, wie dein Passwort ist. Huh? Dragon Nomi, danke dir für dein GIFT Zapp. Okay. Okay. Ja, okay. Ja, dann wird's schwierig. Okay, sehe ich ein. Warum hab ich das Spiel noch nicht verloren? Geht da rein oder was? Geht da rein oder was? Kannst du vier mal pumpen? Nehm ich fünf. Ja, ja. Ist auch gut für mich. Auf jeden Fall. Nein, du. Ja, ich war einfach nur neugierig. Ich war einfach nur sehr neugierig. That's it. Wow. Wow. Okay. 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 Hi. Nee, der kann man aber nicht. Okay. 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 Oder? Rudel immer gut. Schrauben immer gut. Vielleicht wäre es besser gewesen, den Demon abzustellen. Das weiß ich nicht hundertprozentig. Schwäch zu sagen. Der Flieger macht halt schon Stress. Was geht? Was geht? Moin, der Tätow. Moin, Sherlock. Allan? Alles gut. Money, coins zu Tommy! Ken, das geht weiter. Wie lange... ... Vielen Dank. Nee, der kann nicht mal Gix wiederholen, das stimmt. Ach, ich hab das... Oh nein, ich hab vergessen, das Land zu spielen. Oh nein. Danke dir für den Clip übrigens, Skin, und den muss ich mir gleich mal anschauen. Ja, bin ich tot? Nee, ich hab ja... Achso, die ist 5,5 dann auch. Wird, ne? Ich hätt das Land spielen müssen, dann hätt ich wenigstens cykeln können. Das ist ja so bad, ey. Aber jetzt kann er, glaube ich, Tracks to Demon nicht benutzen, um den zu sacken, oder? Der braucht den als Blocker, oder? Bin ich jetzt irgendwie... Bin ich auf die falsche Ast jetzt, weiß ich nicht. 5 Damage macht er, oder? Oder hat er den gepumpt? Wie viel Damage? 5? Kann ich denn jetzt pumpen? Willst du mir jetzt erzählen, Gegner, du schmeißt das... Kannst du mir jetzt sagen, du schmeißt das Game weg, Gegner? Ich hab ein scheiß Challenge Deck mit nur schlechten Karten, und du hast das perfekte rot-schwarze Deck mit allem. Und du schmeißt das jetzt grad... Hey, Big Bo, danke dir für den Twitch-Bred. Hey, Big Bo, danke dir für den Twitch-Bred. 4 und Tom. Rager kann noch wiederkommen. Scheide, dass die Firebomb einfach nie an den Kopf schießt. Einfach den Gegner ausschaltet, so. Boom, fertig. Und ich ließe... Was ist los? Wie kann das sein, Alter? Wie ist das möglich? Das ist immer noch nicht Liefel. Oder hat er irgendwas... Sehe ich hier irgendwas? Ihr habt doch nichts trampled, oder? Oder hast du nochmal so einen Blast an den Kopf? Das ist immer noch nicht so ein Blast an den Kopf 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 an den Ja, ich muss gestehen, ich meine, ich kenne... Ich muss hier natürlich mit Combat Korea theoretisch eine Karte ziehen, ja, aber... Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich glaube, das wird auch in Game 2 schwierig. Ich behaupte jetzt einfach mal, schlicht und ergreifend, Game 2 wird auch schwer. Vielleicht schwerer als Game 1. The fuck is happening? The fuck is happening? The fuck is happening? Ah, Gucci-Hunt, ey, Gucci-Gucci-Hunt. Combat Korea, Search Engine. Wir gehen in den Match 1x2. Ich versuch's. Ich geb ja alles, Leute. Ich sag ja nicht, dass ich's nicht will. Ich sag nur, dass ich's vielleicht nicht kann. Mehr nicht. Aber wollen... Also vom wollen, es kann keine Rede sein. Hab ich. Wollen hab ich. Wenn's jetzt wieder... Wenn's jetzt noch in nem Screw scheitert, wär ich wirklich extrem trauriges Bärchen. Ich sag nur, dass ich's nicht mehr trauriges Bärchen bin. Einfach gekonnt hat Drizzle, der von oben. Einfach den gekonnten Drizzle abgegeben hier. In drei Runden ist der Gegner tot. Setz dich drauf, oder? Setzen wir drauf. Sooo, nämlich... Als ob der Gegner ein Removal-Spell hätte. Hat er gar... Kann er nicht. Hat er... Na gut, ist egal. Ist egal, macht nix. Nix. Macht gar nix. Ich terribil hier. Husch. So. Jetzt remove his Spell. Oh, bast, mein Freund. Come on. Einmal noch. Einmal noch. Jaja, ich geb ja alles. Ich geb ja alles, Mann. Wir haben gerade das erste Match haben wir auch 2-1 verloren, oder? Oder haben wir 2-0 verloren, das erste Match? N' Game haben wir geholt, oder? Ja, doch, ein Game haben wir geholt, mein ich. So, Search Engine. Blaues Mana. Ab geht die wilde Fahrt. Durchballern. Gegner ist abgehauen. Hat keinen Bock mehr auf die Search. Jetzt Floodgate 3000. Nein! Wir ziehen jetzt durch. Ich mein, wir haben das Out. Wir haben ja das Island schon. Wir müssen nur noch die Engine ziehen. Ja. Ist glaub ich ein Keeper. Wir haben ja schon das Island. Jetzt müssen wir ja nur noch die Search Engine ziehen. Das ist ja im Prinzip gleich. Guter Draw. Was soll ich sagen? Wir können auch jetzt die Search Engine ziehen. Hätte ich auch kein Problem mit. Er war lucky, ey. Ich glaub, der Typ wird aber gleich angezündet, oder? Je früher wir die Search Engine ziehen, desto besser. Vielleicht ist da auch ein Jump Blocker. Vielleicht ist ja... Der Geeks tramplet ja nicht. Dann ist da erstmal ein Jump Block. Junge. Junge. Er war immer lucky. Immer lucky, bis wir Search Engine ziehen. Ja, no biggie. Tag, Block Skis. Sex Skis. Draw Skis. Uff jetzt. Gegner spielt aber auch einfach immer so einen Karton nach dem anderen, ne? Ich meine, theoretisch bestimmt ja die Möglichkeit, dass der... Er hört einfach nicht auf, sich einen einzukartonisieren. So, dann machen wir was gegen die Search Engine. Bro. Wir haben sie aber auch nicht... Wir haben auch keinen Zug zu spät, haben wir sie hingelegt. Das ist leider ein bisschen unsexy, weil wir relativ viele Karten verlieren durch dieses eine Dreams of Steel and Oil. Ich glaube ich jetzt einfach. Kann einfach nicht wahr sein. Kannst euch machen. Kannst euch machen. Das ist ein Lopsided Match-Up, Mann. Das ist ein Lopsided Match-Up, Mann. Ist das ein Lopsided Match-Up? Ja, klar. Dann natürlich auch noch die Rare, die einseitiger Komplett-Rath ist. Für drei. Ey, dann spiel doch mal ne Scheiß-Karte. Spiel doch einfach mal ne Karte unter der Rarity Rare vielleicht. Hä? Wie wär's damit? Gut. Spiel doch einfach mal ne Karte. das ist einfach ein geiles board er schmeißt jede karte ab er hat gerade gigs aktiviert ja Nein, nein, ja, ja, ich hab die, ich hab die falsch gelesen. Du exiles ne Karte aus dem Graveyard, weil ich, ich da, es waren bei mir zufällig bei den ersten Malen immer die, ach so, ich bin ein totaler Pfosten. Oh, das hätt ich Mainface machen, oh Gott, na gut, dass die alle Anerf haben. Oh, nehm ich halt 14 ne? Okay. 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 Ist das richtig? Wenn man nicht einfach Plant Worker so fett pumpen, wie es geht. Okay, nehme ich 6, gehe ich auf 3. Die gehen auch schon runter auf 13, ist doch super. Die Karte ist schon stark, aber die ist jetzt nicht übermäßig übertrieben. Gerade im Limited sollte man sich, was Discard angeht. Discard ist meistens sogar im Limited scheiße. Oh, gibt der Death Arch? Ah, der Death Arch. Das ist nice. Oh, du hast vollkommen recht. Du hast ja vollkommen recht. So, es wird Zeit für einen Übernehmenspruch. Übernehmen, dann Flygen geben. Was ist das? Ist das eine versteckte Kamera? Oder was heute? Ich meine, der hat Reach. Okay, aber... Spielt keine Rolle. Der Übernehmenspruch gewinnt jetzt halt einfach. Ist hier irgendwie... Hab ich irgendwas verpasst oder so? Ich meine, wir haben sehr viele Plays. 17 Länder ist jetzt eh egal. Scheiße. Wir haben sehr viele Plays vor allem. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ein zweites Land wäre so gut! Die Moti ist gesunken. Die Musi hat gespielt und die Moti ist gesunken. Ja. Okay. Oh, jetzt können wir auch nochmal buddeln gehen hier. Ist auch gar nicht so schlecht. Geht mal buddeln hier. Junge. Immer lucky. Wie hier aber auch einfach jetzt die Musi spielt plötzlich. Don't kill the search engine. Please. Nachkomm ey. Seid doch mal... Seid doch mal ein bisschen Gönnerhaft. Seid doch mal ein bisschen Gönnerhaft einfach. Kann ich nicht verhindern. Das G in Shadanova steht für Garden. Okay, ja. Na ja, gut. Ich meine... Hey. An uns liegt es nicht das Spiel zu gewinnen. Ich habe Infinite Stuff, den ich machen kann. Ich gain jede Runde Life. Ich suche mir jede Runde Lands raus. Ich mache einfach die ganze Zeit Dinge. Danke. Ja, nehme ich halt zwei. Ist okay. Ich habe hier noch zwei Removal rumfliegen. Also ist alles ganz entspannt. Sechstes Mana. Titanias Command vielleicht nochmal oder so. Na ja. Okay. Der Cursor. Der ist nicht schlecht. Gain one life. Schauen wir mal ein Land raus. Ich würde hier glaube ich blocken. Ich würde glaube ich ein Land raussuchen. Blocken. Eine Karte ziehen. Hier mit einem Leben Gain. Nächste Runde legen wir den. Wir haben ja genug zu tun. Ich kann auch Powerstores machen. Wir haben einfach Infinite zu tun. Das wäre halt richtig geil. Was wirklich gut wäre. Ich glaube bevor ich eine Karte ziehe, suche ich mein Land raus. Was halt wirklich stark wäre, wäre wenn wir einmal eine Recursion hätten. Das wäre wirklich gut. In irgendeiner Art und Weise. Warum ist dann so viele Trigger hier? So viele Abilities. Wahnsinn. Da kommt doch kein Mensch hinterher. Ja. Den wollte ich eigentlich auch zocken. Soll ich den auch zocken? Ich glaube den zocken. Hast du ein Removal? Ist meine Frage. Hast du ein Removal? Gehe ich nach. Sei ehrlich. Sei ehrlich. Hast du ein Removal? Schadanova? Mach nicht diese. Da läuft doch bei uns. Ich kann nur Basics raussuchen. Na gut. Ach. 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 Es ist so unsexy einfach für zwei Mana meinen Golem anzuzünden. Ach. 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 die Damage hin. Cool. Ja. 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 Okay. Na gut. Gleich haben wir Tron. Nicht, dass es gut ist, aber wir haben Tron. Ja. Alter ey. Das ist so ein abgefahrendes. Hm. Wär die Frage. Wem wollen wir denn jetzt hier? Wie wollen wir denn jetzt überhaupt in die Blockung gehen hier? Ich habe das Gefühl, dass man einfach Ich meine, es wird eh keiner gekillt werden, weil er Gaias Trick hat Aber 12 Damage nehmen kann ich glaube ich auch nicht Oh, das ist aber fein actually Boah, wenn dein Removal 8 Mana kostet, kann man nicht Ward 4 drucken Ich kann nicht 12 Mana für ein scheiß Removal ausgeben Holy shit, man Okay Okay Jetzt noch eine Epic Confrontation, dann wird aber Dann konfrontiere ich aber dein episches Gesicht, mein Und dann kann man Auch eine Karte, die keinen Sinn macht, im Limited zu spielen. Okay. Wie soll ich ohne den Typen an 11-Mannern kommen, um den zu zählen? Da wär's doch jetzt nett gewesen, wenn du einfach noch keinen, wenn du einfach keinen Zweig gehabt hättest, wäre das nicht einfach richtig nett gewesen? Block, Kamp, Block, Bier, Fünder, ich bin nicht tot. Das war's. Was für wachse? Vielen Dank. Ich habe kein Leben mehr. Ich will einfach einen 9-9er legen. Ich nehme jetzt einfach noch ein paar 9-9er mit rein. 9-9er sind besser als Firebombs. Jetzt. Wenn er 8-8er legt, lege ich einfach 9-9er. Preis drauf. Ich nehme da jetzt keine Rücksicht mehr. Relevit. Also, sorry, aber... Soll der Scheiß. 1-9er ist besser als Firebombs. Gar nicht so bad, ehrlich gesagt. Schon okay, die Hand. Turn 2, Journeyers Kite und dann einfach schön reinrampen in die 9-9er. Ist doch super. Ja, genau. Also rampen nicht, aber Lance raussuchen. Den müssen wir auch noch nicht spielen hier. Suchen wir einfach Lance raussuchen. Bis ich die 9-9er Hardcast aufgibt. Horst und Engineer. Okay, vielleicht lege ich ihn doch. Ausnahmsweise lege ich ihn doch als 1-3er. Ist er schon... Blockt halt, macht halt Dinge, macht halt Mana. Ist schon okay. Hat halt Dinge gemacht, bis er jetzt an der Epic Confrontation stirbt. Nee. Cool. Geil. Jetzt gibt's Value, Leute. Wird richtig gevalued. Nee. Man auch einfach nicht in Ruhe gelassen. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7. Ich meine, wir haben schon 8 Mana. Headclubs de Galore kann auf jeden Fall starten. Nee, ich greffe ihn mal nicht an. Ich kann den sacken und ich kann surveilen. Ist doch ganz nice. Meine Hand nicht so super strong jetzt. Gebe ich zu, aber geht schon. Fand eher terrible. Alter, das ist noch niemals ein Attack wert. Ich mach's einfach eine Kreatur weg. We take those. Ja, ich glaube, ich gönne mir erstmal ein Kärtchen. Und dann können wir immer noch gucken, was wir surveilen wollen. Search Engine ist schon mal gut. Hey, we are mine. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Zieh ich lieber ein Land von oben. Land von oben war besser. Jetzt kommt halt die Epic Confrontation. Weiß doch schon, wie es läuft. Wissen wir noch Bescheid hier. Die Epic Confrontation hat er wahrscheinlich vorher gespielt. Dann ist mehr Damage. Interessant. Interessant. Ist auch sehr stark. Nimm ich nochmal vier? Ne, auch uncool. Naja, gucken wir mal. Oh, wie kann, wie ist so etwas möglich? Richtig einfach 5, 7, 8 Curven in einem scheiß normalen Scheiß-Scheiß-Deck-Scheiß. Lieber einen, den ich ausspiele. Search Engine, Flieg und Sieg, please, one time. Jede Runde Suchi, Cave Guard, äh, Jumpen, nicht geil. Keine rosigen Aussichten. Wobei, was heißt jede Runde? Einmal gönne ich mir noch. Einmal nehme ich nochmal vier. BG. Hmm, okay. Hmm, okay. Oh, Kohorto. Warte mal. Kohorto ist gut. Ih, Kohorto ist, very good. Very viele Blocker. Sehr, sehr viele Blocker. Eine überragende Anzahl an Blockern könnte man sein. Immerhin, wir haben es in jedem Game über die volle Distanz geschafft. So, ich will jetzt auch einfach meine Fettklöpse ziehen. Come on. Ja. Ja. Haywire meint vielleicht gar nicht so gut, ne? Vielleicht lieber noch einen Fettklöpse? Oder was zum Fliechen. Was zum Fliechen sieht ja nicht so schön aus. Okay. Letztes Game in dieser Challenge hier. Ihr könnt euch ja schon mal Gedanken über die nächste Challenge machen, wenn ihr Bock habt. Mono-Artefakte hat mich ein bisschen betroffen gemacht. War zwar auch witzig, aber hat mich auch betroffen gemacht. Beides so ein bisschen. Junge, Search Engine. Alter, Junge, was? Da ist ja alles. Junge, alles am Start. Mono-Non-Artefakte. Okay. Gut, dass wir zwei von drei Goblin Fire Bombs rausgenommen haben, damit wir immer noch eine Turn 1 haben. Plastage. Oh. Da ist ein Disenchant, oder? Gut, angenommen, wir machen es auf die Search Engine. Ich glaube, Blackblade Reforge gewinnt einfach gegen die Fetzen. Fettos. Ich lege die Search Engine. Er wird ein Disenchant haben. Ist halt so. Ist nicht schlimm. Wir gewinnen mit der Reforge Blade hier. Naja, mach einfach. Muss man nicht drüber diskutieren. Mach einfach. Force Tron. Ne, hat er nicht. Maybe hat er nicht. Hat er maybe nicht. Müssen wir gucken. Audacity. Ah, Mann. Schnurrisch. Na gut. Funktioniert. Nur Instant und Source Stories hört sich sehr kompliziert an. Nur Instant und Source Stories hört sich extrem kompliziert an. Ich glaube, das geht nicht. Damit kann man nicht gewinnen. Ich kann aber übrigens auch nicht gegen den 3-2-Flieger gewinnen. Wollte es nur mal gesagt haben. Ah, das ist zu unelegant. Alle Kreaturen müssen... Junge, hör doch mal auf, mir einfach jeden Scheiß zu removen. Alle Kreaturen müssen un-Earth oder Prototype haben. Ist zu unelegant. Das fühlt sich nicht wie so eine geile Challenge an. Da muss noch... Da muss noch was anderes her. Ich hätte Länder gebraucht. Ich will den Golem eigentlich als Fetzerow Funden spielen. Ja, ich glaube, kann ich jetzt aber nicht mehr. Ja, Land ist gut. Aber ich glaube, ich kann den nicht mehr. Ich glaube, ich kann den nur klein spielen. Ja, gut, ich meine noch ein Land, dann können wir ja die Krippen. Challenge der Kulti-3-Wins. Ja, das ist zu einfach. Ah, das ist wohl ja auch schon eine Herausforderung. Ich darf nichts Farbloses spielen. Alle Prototype-Kreaturen musst du immer als Prototype finden. Das ist auch... Das ist zu lang. Die muss halt einfach CMC kleiner gleich drei. Nur gerade, nur ungerade kosten. Nicht blocken. Das muss so... Das muss ein bisschen... Das muss wie so ein Elevator-Pitch sein. Und zeig mal deine Tierlist-Magic-Blocks. Deckum-Painful-Quandry. Ja, das ist... Deckum-Painful-Quandry ist natürlich sehr gut zu assemblen. Wenn man Painful-Quandry nicht aufmacht. Wir spielen in Limited. Wir spielen in Limited. Ja, in Limited ist es immer ein bisschen schwierig, dann sozusagen auf eine spezifische Karte einzugehen. Land! Okay. Okay. Maximal CMC 5. Das kommt tatsächlich auf YouTube raus, S-Kastanienbaum. Ich habe heute Morgen schon eine Challenge gemacht. Die habe ich aber ein bisschen... Die habe ich ein bisschen härter gemacht. Da habe ich gesagt, maximal CMC 3. CMC 4 oder mehr hört sich... Hört sich crazy an. Boah. Hm... Ja. CMC 4 oder mehr hört sich crazy an. Kann man aber... Könnte man mal drüber nachdenken. Birds & Beasts haben wir gestern schon gesehen. Das geht nicht. Man kann mit Prototypen ein bisschen tricksen. Das stimmt, ja. Warum habe ich eigentlich nur noch 5 Leben, Chat? Warum bin ich eigentlich gleich tot, Chat? Man kann auch Decisions haben. Ne, ne, Decisions... Ich bin tot, ne? Ja, das fünfte Land hat mich jetzt einfach umgebracht. Ne, bin ich nicht. Ich gehe auf 1. Wenn er mit allem angreifen würde, was er nicht macht. So gehe ich auf 3 und überlebe noch ein bisschen. Nein, 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 Kaze. Ich muss die Bombe zünden hier. Also um euch mal ein paar Anregungen zu geben... Aber vielleicht auch noch was Spezifisches für... Also... Mono-Colored, 5-Color. Only Creatures and Basic Lands. Nur mit einer Kreatur angreifen. Nur Kreaturen und Länder. Even-Mana kosten, Odd-Mana kosten. Mana kosten 3 oder weniger. Karten, die mit A bis L beginnen. Also Anfangsbuchstaben. Karten, die mit L bis Z beginnen. Karten, die nicht targeten. Insgesamt... Müssen alle Namen im Deck 60 oder weniger Wörter sein. Mindestens eine Karte von jeder Farbe. Alle Kreaturen müssen gleiche Power und Toughness haben. Es dürfen keine Instant Resources drin sein. Es müssen... Wenn eine Karte da ist, muss mindestens eine Karte gebickt werden, die drei oder vier oder mehr Lines of Text hat. Only Cast Spells on your turn. Can't block. Und so weiter. So, jetzt bin ich immer noch tot, hm? Toll. Toll. Toll, toll, toll. Lock hier. Lock da. Nimm vier. Money Deck. Weg. Warum ist das denn... Warum ist das denn so unlucky, Chad? Warum sind wir denn auch noch dann einfach unlucky? Wir sind auch noch einfach freaking unlucky. Naja, wir haben immerhin in jedem... Wir haben immerhin in jedem Match ein Game geholt. Er hat einfach nur 100 Drops gespielt, Freunde. Jetzt hört er bei sechs auf. Ist auch so ein super schizophrenes Deck gewesen, ne? Wenn er acht Länder hat, hat er die acht Drops gezogen. Wenn er fünf Länder hat, hat er alle Early Drops gezogen. Ja. Leider... 0,3. Okay.